Bleibe neugierig. Das ist eine der Botschaften von Kathikea. Kathikea, auch Subramanya-Sharavanapa-Vaskanda genannt, will sagen, bleibe neugierig. Er gilt als der ewig jugendliche Gott. Zu viele Menschen denken, ja, ich weiß schon alles. Zu viele sagen, ach, bleib weg davon, das kennen wir schon. Oder all dieser neumodische Kram. Bleibe neugierig. Egal, ob du jung bist oder alt, halte deinen Geist jung. Bleibe neugierig. Was hast du heute gelernt? Was willst du heute lernen? Heute Abend solltest du irgendetwas kennen, was du heute Morgen noch nicht kanntest.